Ladies und Gentlemen, mein Name ist Captain Jefferson Kalkit und ich bring heute Abend die Nachrichten aus unserer wunderschönen Welt zu Ihnen. Die Zahlen Sie fürs Geschichtenvorlesen? Noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt? Ist nicht gerade was, wovon man reich wird, wie du siehst. Hey! Lass still! Lass still! Ich, ich tu dir nichts! Kannst du mich verstehen? Dowie, ein Cowboy. Freund. Hier steht dein Name, ist Johanna Leonberger? Indianer haben dich nach dem Angriff auf deine Familie vor sechs Jahren aufgenommen. Mutter, Vater und Schwester wurden... sind gestorben. Sie hat Verwandte unten in Kesterville. Captain, warum machen Sie das? Sie soll lachen dürfen und träumen. Sie braucht neue Erinnerungen. Die Straße ist gesperrt. Von rechts wegen? Jetzt ja. Captain, du, Johanna. Ich habe keine Ahnung, wie man sich um ein Kind kümmert. Eine Fotografie. Das ist meine Frau. Mit Pferden kannst du umgehen. Das steht fest. Das ist ein Pferd. Pferd. Käpt'n. Käpt'n. Bloß nicht verwechseln. Käpt'n. Das heißt, sie ist diese Gefangene aus Wichita Falls. Was wollen Sie? Was soll die Kleine kosten? Das Kind ist nicht zu verkaufen. Johanna! Johanna! Sie denkt, sie ist Indianerin. Schwing! Sie ist irgendwas dazwischen. Ladies und Gentlemen, das sind Geschichten von Männern und Frauen, wie Sie und ich. Die alle auf bessere Zeiten hoffen. Sie kriegen sie nicht. Und ich bin sie nach Hause. Tom Hanks spielt also mal wieder ein Käpt'n. Ich glaube, das ist das siebte oder achte Mal im Laufe seiner Karriere. Und damit war es der Trailer zu Neues aus der Welt. News of the World in den Universal Pictures. Voraussichtlich ab dem 7. Januar 2021 in die deutschen Kinos bringen. Drama, Western, Abenteuer, Film. Der neue Paul-Greengrass-Film. Und das alles zusammengepackt ist für mich so ein schönes Gefühl von diesen endlosen Weiten des Wilden Westens. Aber auch eine ungleiche Bindung und Freundschaft, die entsteht zwischen einem Mann, der durch die Städte des Wilden Westens reist 1870 und das Neue aus der Welt eben verbreitet und erzählt, eben die Nachrichten weiterbringt. Nicht besonders einträglich, aber sicher einen Bereich, wo man viel erlebt. Und er trifft auf ein junges Mädchen, das eben einst entführt worden ist. Die Eltern sind tot und die Verwandten. Und er sieht es für sich als Aufgabe, sie zu den restlichen Verwandten, die noch existieren, zu bringen. Und damit entsteht eine Reise, ein Abenteuer, auch der Versuch, ihm dieses Mädchen abzuluchsen. Und da haben wir mit Helena Zengel auch diejenige, die in Deutschland durch Systemsprenger natürlich sehr bekannt geworden ist. Direkt an der Seite des Weltstars und mehrfachen Oscar-Preisträgers Tom Hanks. Und ich persönlich finde so ein Western mal wieder auf der großen Leinwand eine spannende Sache. Ist ein tolles Gefühl, aber ich finde, dass im Trailer auch eben das Drama gut durchschlägt. Und es hat auf der einen Seite so etwas Unaufgeregtes und auf der anderen Seite trotzdem eine Ernsthaftigkeit, dass ich mir denke, möchte ich mir gerne anschauen. Aber generell Tom Hanks verbreitet für mich immer so ein Gefühl von einer Wärme in Filmen, dass mich das einfach so ein bisschen anzieht, wenn ich da Lust drauf habe. Deswegen bin ich mal gespannt. Gerade bei Paul Greengrass kann es auch durchaus ein bisschen schwieriger werden, in welche Richtung der Film geht und wie gut er am Ende funktioniert. Aber dennoch habe ich Bock auf diese Kombination aus Abenteuer, Western und Drama. Mich catcht der Trailer. Was sagt ihr denn zu Neues aus der Welt zum beérsten Bewegt-Material? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal.